Rundfunk 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 Lo Bravo Wir 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 Schil, Wir Kumpel Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Ich möchte Ihnen auch wirklich mit einem blauen Nippen vorstellen. Er guckt eigentlich für den Kampeländer Wuppsportflug heute für den Haskell Wuppsportflug. Er bestreitet heute ebenfalls seinen 14. Kampf. Davon hat er alle bis auf zwei gewonnen. Wir sind in der blauen Nippen gegen China. Ring 2, Runde 3. Punkt 2. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.